So, das ist jetzt hier die Empfangshalle und die Rezeption vom Hotel Le Canolier auf Mauritius. Super, super schön. Hier die Strelizien ganz toll. Hier dann der Check-in. Das Hotel hier ist jetzt viel kleiner wie das vorherige, aber trotzdem genauso schön. So, und jetzt zeige ich euch dann alles weitere. Speisesaal zeige ich euch noch, den Außenbereich und natürlich die verschiedenen Zimmerkategorien.